So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play MTA. Ich sag immer neues Let's Play, ach egal. Ja, neue Runde. Ja, wieder mit dabei, Kobold, meine Willigkeit. Und wir sind immer noch am Autofahren auf unserem neuen Server. Ja, weil wir gebannt wurden. Ist recht, VUV Life. Ist recht. Ja, ja. Jetzt haben wir einen neuen Freund gefunden. Was will er jetzt machen? Ähm, du hättest, glaub ich, da links gemusst, oder? Ja, ich weiß schon. Ja, ja. Ja, ich bin schon tot. Habt ihr in der letzten Folge schon gesehen. Ich bin sofort am Anfang. Runter. Oh. Hä? Musst du da drüber? Ne, ach so, so. Äh. Okay. Hab ich extra gemacht. Ah ja, klar. 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 Ja, ich hab gewonnen. Fertig. Siehst schön auf dem Dach aus. Aussteigen. Das geht? Ja. Ah, die Strecke. Okay. Also, wer es noch nicht weiß, das ist ein Server. Auch Real Life. Aber auch Deathmatch Modus. Und halt auch Waze. Was wir gerade als erstes ausprobiert haben. Und ich total anfällst. Kacken bin. Lala. Alter, ich schieß jetzt. Alter. Ach nein. Du musst hier hoch. Ja, weiß ich schon. Da kann man, glaub ich, Anlauf nehmen. Ja, ja. Ich schaff den Looping. Ich schaff den Looping. Ich. Echt? Aber er sah gut aus, oder? Hey, was macht der denn? Der nimmt Anlauf. Lol, der hat da so eine Halfpipe gehabt. Ja, da bin ich ja vorhin hochgefahren. Gewann das Rennen. Schön. Lass mal noch zugucken. Ich hab auch einfach nicht mehr gesehen mit der Kameraführung. Ich war außerhalb des Loopings. Ja, eben. Loopings. Das ist komisch. Ja, aber blöd. Irgendwie mag ich den Komet. Der Komet. 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 Oh, wo müssen wir lang, Co? Vorne. Alter, ich hab's nicht geschafft. Alter. Wie, ich hab's nicht geschafft? Ja, dann gucken wir zu. Ja, bin ich gerade. Müsstest du sein. Der Blaue, oder? Der Katnitro macht, okay. Achtung. Rechts sofort wieder runter, ein bisschen abbremsen. Handbremse, fuck. Oh, der fährt geil. Wo ist der denn schon? Das war gleich die nächste Rampe nebenan, aber egal. Ach so. Oh, guter Sprung. Der hat das mit dem Drehen auch gecheckt. Nee, ich nicht. Ich schon, aber auch nur ausreißt, rein, aus keinster Erfahrung. Was sagst du von dem Server? Bleiben wir da in Zukunft, dass wir komplett neu real life anfangen? Komplett neu real life. Hallo, ich wurde neu geboren. So eine Missgeburt. Er tötet mich. Oh nee, fang dich wieder damit an. Hä? Oh, na links, okay. Ich wollte gucken, ob rechts nicht auch noch was ist. Oh, fuck, bin ich schlecht. So muss ich dann drehen und dann nochmal, ne? Wie drehe ich mich denn? Welche Farbe bist du? Rosa. Ja, ich feier kann nochmal fahren, okay. Wie drehe ich mich jetzt, hier? Ja, aber ich kann mich ja nicht komplett einmal rumdrehen. Doch, mit W, wenn du da und W drückst. Ja, du musst einfach draufbleiben, dann drehst du dich ja. Ja, ich hab mich, ich hab die ganze Zeit W gedrückt gehalten. Ist manchmal komisch. Da brauchst du genügend Speed oder so dann. Ja, weil mir funktioniert das generell nicht. Alter, ich hab schon wieder nicht die Haftung bekommen. Ich hab's fast geschafft, Alter. Du bist nicht der Punker? Auf dem Polizeimotorrad? Nein. Der hat Premium oder VIP. Ist Rocker, aber kein Punker. Ui, ich guck dir mal zu. Ach, ich kann ja nochmal fahren, ich kann ja nochmal fahren. Ich fahr selber nochmal. Nur zur Probe hier. Alter, ich bekomme die Haftung nicht. Hab ich vorhin fast geschafft, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich glaub jetzt nicht. Ich guck jemandem zu. Ist blöd. Wow. Geil mit dem Auto. Auch der pinke bei dir. Der rote. Der rote, hm? Ja, ja. Äh. Ich würd sagen, in der nächsten Folge probieren wir mal Deathmatch. Und dann wird er vielleicht immer schon nicht länger dauern. Deathmatch, ja. Ja, ja, ja. Wow. Lol. Der Spin. Das ist extra wegen dem Spawn. Achso. Das macht der nicht. Das wär zu übertrieben. Ja, dachte schon. Hä? Jetzt muss er mit, ähm, Shift immer hochspringen. Bunny Hoop. Geil. Das ist geil. Bunny Hoop. Und dann aufs Botze und er ist tot. Hä? Achso. Muss wieder runter. Der kennt die Map. Ja, ich glaub's auch. Oder hat sich einfach umgeguckt. Scheint ja auch ein Primenspieler zu sein, wenn er so einen anderen Skin hat. Jupp. Hm. Naja, wer's braucht. VIP. Der hat anscheinend die Kohle für sowas. Nimmst ihm auch nicht. Links, rechts. Links, oder? Alle fahren links, also. Fahr ich mal rechts. Alter, ich krieg die Kurve nicht. Ich hatte nur, ich hab keinen Nitro, oder? Nein, nein. Wieso fliegt du? Hm. Hey. Ich bin tot. Die kann das super. DJ Marcy gewann das Rennen. Schön für dich. Ja, es war noch mal egal. Ist mir schnutz. Wär richtig cool, wenn wir noch ein Mitspieler hätten. Ah, Patrick ist... mag, glaub ich nicht. Nee. Ja, klar. Jetzt hab ich's grad geschafft. Und jetzt... Neue Map. Ja, letztens so auf Skype. Aha. Total desinteressiert. Ey, wir nimm auf. Aha. Hm. Die wollen Smiley gar nicht. Ich mag's nur, wenn man Smiley nicht macht. Uah. Alter, das war knapp. Ich hab gewendet, weil ich Nitro brauche. Uah. Alter, du hast grad voll lange Nitro. Ich hab gar keinen Nitro gerade. Wieso hat er denn nochmal einen Nitro gehabt? Uah. Uah. Nein. Ich schaff's nicht mehr. Wahrscheinlich so VIP Nitro. Ja, ich hab nix getan. Wau. Ich guck mal so von vorne. Yeah. Ich hab nicht drüber kommen. Was war das denn jetzt? Ich glaub, der Kobalt ist weg. Kommt aber bestimmt gleich wieder. Nein, bin ich nicht. Oh. Ne. Ich hab gedacht, du wärst weg. Ne. Nein, das haben wir doch letztens schon. Achso, doch. Da ist oben jetzt was. Okay. Los, 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 los. Ich fahr jetzt einfach dem hinterher. Wieso schaff ich das nicht? Ich hatte genauso Nitro wie alle anderen auch. Wow. Fast nicht geschafft, aber egal. Ich hab's nicht geschafft. Ich hatte genauso Nitro wie ihr auch. Das ist echt nice. Explodierst du so neben mir, Alter? Ne. Ich bin ja nicht explodiert. Ich bin gegen die Kante gefahren. Ich bin nicht mal auf das Ding draufgekommen. Alter, da hat man dann Boot oder was. Der Marsi ist ja entweder ein Bot oder er kann's. Wie er da steht mit seinem Luftkissenboot. Äh, nicht Luftkissenboot. War doch Hoverkraft oder nicht? Ich hab's gerade nur kurz gesehen. Ne. Das war so ein Schlauchboot. Schlauchboot. Mit Motor. Mit Mutter. Rechts, rechts. Okay. Der kann's voll, Alter. Alter. Wie bist du sucht? Das hätte ich vielleicht auch geschafft, wenn ich dieses dauernde Drehen. Ne. Wow. Der kennt ja jede Map auswendig, Alter. Achso. Der kann da rüberfahren. Ich dachte schon. Das ist einfach, wenn man jede Map auswendig kennt wie der. Hm. Alter. Ja, guck mal. Das hätte man als Laie jetzt nicht gewusst. Dass man nur dadurch fahren kann. Kommt's. Alter, der ist wirklich gut. Man kann auch... Äh? Äh? Alter. Haha. Ja, läuft. Ja, läuft. Oh, jetzt muss er wieder springen, hä? Was so? Ui. Er hat Musik gemacht, hat man gesehen. Hä? Der kommt ja nicht hoch, oder? Doch. Schafft er. Er kann alles. Doch, denn er schafft alles. Da ist der Cheetah. Der Cheetah. Cheetah. Der Cheetah. Der Cheetah. Mit seinem Cheetah. Alter, ich dachte schon, der bleibt hängen. Alter, wie gut kann der das? Hör mal auf. Hör mal auf mit deinen Wortwipsen, Alter. Sie sind ja schlecht. Wer? Na du. Was hab ich ihm für Wortwitz gemacht, Alter? Na, der ist voll gut mit seinem Cheetah. Alter. Hast du das gesehen? Ich hab die Kurve nicht geschafft. Ich war zu schnell. Ich hab aus der Kurve geflogen. Du warst zu schnell. Ja. Wie so viel? Hast du mir zugesehen? Ne, ich fahre hier noch. Sie ist das nicht? Ich hatte DJ Maus hier aber schon wieder gewonnen. Hat er auch. Aber ich kann ja und darf ja noch eine Runde fahren. Oh, okay. Und in Nito soll man das auch schaffen. Wollen wir diese Folge beenden und zum Deathmatch überschreiten? Ich würde sagen, ja. Ja. Ich glaub, ich werd das nie lernen. Okay. Also, wir sehen uns dann wieder. Ich würde dann Schluss mit dieser Folge. Wir werden nicht vergessen. Ich vergesse immer, dass du abmoderierst. Sorry. Alter, geil. Oh. Bis zum nächsten Mal, dann spielen wir Deathmatch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.